Nach dem Liebes-Comeback haben Semino Rossi und Gabi ganz neue Regeln für ihre Ehe aufgestellt. Ihr Wunsch, sie wollen für immer zusammen sein. 2020 zerbrach die Ehe von Semino Rossi, 61, und seiner Ehefrau Gabi 61 nach 28 gemeinsamen Jahren. Inzwischen haben beide wieder zueinander gefunden und sind sich einig. Das Drama um ihr Glück darf sich nicht wiederholen. Darum gibt es nach dem berührenden Liebes-Comeback für den Sänger und seinen Schatz neue Ehe-Regeln. Jetzt kann sie nichts mehr trennen. Die beiden tun alles dafür, um noch mehr Verständnis füreinander zu entwickeln. Entfremdung soll in ihrer Beziehung keinen Platz mehr haben. Gabi schnuppert Schlagerluft Dazu ist es etwa wichtig, in das so ganz andere beruflichen Umfeld des anderen einzutauchen. Gabi war bis zu ihrer Rente Hebamme, Semino ist in der Glitzerwelt des Showgeschäfts zu Hause. Ich war schon in der Klinik, bei den beiden Geburten von meiner Tochter, ich weiß ungefähr, wo sie sich bewegt, erzählt der Sänger. Und auch Gabi schnuppert nun Schlagerluft, begleitet ihn unter anderem zu Auftritten. Es ist schön, wenn die Frau auch weiß, wo ich mich bewege, was ich mache. Warum ich so müde bin nach drei Tagen Aufnahmen, gibt Semino Rossi zu. Das Paar entdeckt sich nach all den Jahren noch einmal ganz neu. Verständnis